Meine sehr verehrten Damen und Herren, die diesjährige Tagung über Hermann Hesse sollte beginnen mit dem Nachdenken über eine Schrift aus dem Jahre 1929, Narziss und Goldmund. Die Wahl dieses Themas ist geschickt, denn gerade diese Novelle enthält in sich die Dramaturgie, die Konfiguration, die Problemstellung, die mehr oder minder in allen Texten Hermann Hesse ist und insbesondere in seinem Leben spürbar ist. Wie vereinbaren sich Geist und Seele, Gedanke und Gefühl, Sollen und Wollen, Moralität und Vitalität, Außenlenkung und Innenlenkung? Fragen sind das, über die wir nachsehen müssen, um unserer Selbstwillen. Als 60 Jahre später, im Jahre 1989, nach dem Mauerfall, die Frankfurter Allgemeine Zeitung erlebte, wie Hermann Hesse vor allem in den östlichen Ländern zu wirken begann, wie seine Übersetzungen dort selbst zu den meistgelesenen Büchern zeigten, gab man sich erstaunt. Wieso ausgerechnet Hermann Hesse gibt es nicht Wichtigeres, Thomas Mann zum Beispiel, das wäre empfehlenswert, aber nein, Hermann Hesse. Man kann den Protest der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gut verstehen. Narziss und Goldmund sind beides antibürgerliche Existenzen, schlechterdings. Der eine, ein Mönch, nicht konsumfreudig, eher asketisch, sparsam, nicht der Träger zur Steigerung des Bruttoinlandsproduktes und der andere, noch schwieriger, ein Künstler auf der Suche nach sich selber. Selbst verwirklicher sie beide. Eigentlich ist das gefährlich. Ein CEO im Management einer Bank beispielsweise, der die Wirtschaftsteilseite der Frankfurter Allgemeinen liest, kann natürlich im Kulturteil selber das Programm ersehen, an dem er sich abends denn von seiner langen, schwierigen Tagesarbeit im Konzertsaal oder Theaterraum zu erholen vermag. Da ist der Vorbild Bürger ausgewogen im Gleichgewicht. Narziss und Goldmund sind das nie. Sie wechseln nicht nach Belieben ihre Rollen. Sie haben eine Existenz, die sie verkörpern und die zur Entscheidung ansteht. Was von beiden soll jetzt gültig sein? Wer sind sie überhaupt? Narziss und Goldmund. Narziss, wenn man so will, ist ein frühreifer Intellektueller, der ins Kloster geht, um sich zu konzentrieren auf die Fragen nach Wahrheit, nach Gültigkeit. Nach Bewahrheitung und Bewährung in einem klösterlichen Leben. Die Geschichte spielt im 14. Jahrhundert. Draußen mögen wüten die Tragödien der Pest, des Durcheinanders im Politischen. In der Klosterzelle findet Narziss seine Ruhe, seine Beschaulichkeit, die unmittelbare Geborgenheit im Göttlichen. Er liebt die toten Sprachen, Latein und Griechisch, liest zu seinem Vorteil und mit Leidenschaft die Texte des Aristoteles oder Platon. In denen ist er zu Hause. Das ist seine Heimat. Ganz anders Goldmund. Er hat einen Vater, von dem die Mutter sich entfernt hat. Und wie im Zorn darüber schickt der Vater Goldmund ins Kloster. Wie wenn er die Lasterhaftigkeit, die Ausgelassenheit, die Unmoral, der untreu gewordenen Ehefrau an dem Sohn rächen wollte. Jetzt gilt es Zucht und Ordnung und Sitzamkeit. Eindeutige Konzentration auf das Richtige. Goldmund bemüht sich, die Gunst des Mönchs Narziss für sich zu gewinnen, durch Schleiß, durch Anpassung. Aber es ist Narziss der Mönch, der ahnt, dass sich ein anderes in diesem jungen Eleven bewegt und zum Leben gebären möchte. Das Erstaunliche. Der Mönch Narziss wird für den noch suchenden Goldmund zu so etwas wie einem freundschaftlichen Ersatzvater. Er verbietet nicht. Er duldet. Er überdeckt die strenge, grausame Seite des Vaters. Narziss verteidigt ihn, den Vater, gegenüber der Kritik des Narziss. Er war nicht nur so. Er meinte es auch gut. Ja. Aber die Folgen sind spürbar. Narziss weiß, dass Goldmund gerne von seiner Mutter redet. Sie ist ihm präsent, obwohl er sie entbehren musste. Aber vom Vater spricht er kaum. Und nun begibt sich etwas ganz Entscheidendes. Man kann einen Menschen am besten verstehen, wenn man auf das achtet, was er nicht sagt. Was er nur zwischen den Zeilen andeutet. Was er vor sich selber verbirgt. Und da kommt es zu einer erschütternden Offenbarung. Unmittelbar spricht Narziss den Vaterkomplex, die geheime, verdrängte Gestalt der Seele in Goldmund an. Und die Erschütterung ist wie ein Erdbeben, wie eine epileptische Verkrampfung. In Ohnmacht sinkt dahin Goldmund. Er ist mit dem Unbewussten auf eine Art konfrontiert, die den alten Schrecken erneuert. Wie kann Goldmund an der Seite des Narziss zu sich selber finden? Können sie je zueinander gelangen? Es wird der Wunsch Goldmunds sein, immer näher seinem Freund und Vertrauten zu kommen. Narziss aber weist dieses Anersuchen ab. Wir werden nie zueinander finden. Wir sind einander so fremd wie Sonne und Mond. Wir dürfen nicht miteinander verschmerzen. Unsere Aufgabe ist, einander zu erkennen in der Klarheit des Unterschiedes. Das ist ein einziger Unterschied, sagt Goldmund, dass du immer Unterschiede suchen musst. Aber es bleibt dabei. Die Differenz zwischen beiden läuft hinaus auf ein Entweder-Oder. Ist nicht kompatibel. Es sind Gegensätze, die gerade weil sie sich wechselseitig hervortreiben, komplementär ergänzend sein können. Und als solche verdienen sie Anerkennung. Aber nicht in diffuser Verschmelzung, in Undeutlichkeiten. In nicht zu rechtfertigenden Übergängen. Das eine kann nicht sein das andere. Worin besteht es denn? Narziss erklärt es in immer neuen Gesprächen. Er selber, der Altschilologe, der Asket, der Mönch, sucht die Reinheit des Denkens. Aber wie kann die Klarheit der Begriffe sich verhalten zum Leben? Das Problem des Aristoteles. Der klare Begriff liebt das Sein, aber nicht das Werden. Das Problem war bei Aristoteles gar nicht lösbar. Wie kann es substanzielle Veränderungen überhaupt geben? Ein Argument des noch im 19. 20. Jahrhundert der Evolutionstheorie Charles Davins entgegenstand. Undenkbar doch, dass aus Fischen Landtiere hätten werden können, aus Sauriern, Vögel, aus Affen, Menschen, substanzielle Veränderungen mitten im Leben. Begrifflich ist das nicht einzuordnen. Also kann es das im Grunde gar nicht geben. Narziss im 14. Jahrhundert weiß um die Begrenzungen des Denkens. Und er sieht die eigene Rationalität, den Aristotelismus oder den Thomismus in seiner ganzen Ausbildung und Gelehrsamkeit im Widerspruch zum Leben. Das ist voller Veränderung, voller Werdeprozesse, voller Umbrüche. Ist das Denken nur dafür da, das Leben zu vermeiden? Der Verdacht mag ihm kommen. Wird er nicht schuldig daran? Goldmund jedenfalls ist so ein ganz anderer. Er denkt nicht in Begriffen, allenfalls in Bildern. Und dafür beneidet ihn Narziss, ist in seiner Sensibilität offen für die Sinneseindrücke. Er schaut die Schönheit der Welt in ihren Gestaltungen. Er träumt ihnen nach. Er versucht, durch Nachbildung dem schönen Ausdruck zu verleihen, in der eigenen Kreativität. Im Grunde ist Goldmund berufen, ein Künstler zu sein. Und die Größe des Narziss ist, dass dieser Weg von ihm nicht nur geduldet, sondern gefördert wird. Dass ihm gänzlich andere ist, dasjenige, was er vorbereiten und zum Leben heben möchte. Und diese Duldsamkeit, dieses Wohlwollen ist der Schutz, den Goldmund braucht und der ihn auf allen seinen Lebenswegen begleiten wird. Nicht ohne Gefahr, wie Nazis selber weiß. Und er stellt es einander gegenüber. Wir werden einander nicht begegnen, so wenig wie Sonne und Mond. Aber beide haben wir unsere Gefahren. Deine Gefahr wird sein, in der Sinnlichkeit, wie in einem Strudel zu versinken. Die Gefahr unseres Denkens ist, zu ersticken in der Luftleere der Höhe. Beides lässt sich miteinander nicht vereinen. Beides aber braucht sich zur wechselseitigen Ergänzung. Dieses Wissen ist der Hintergrund der Erzählung von Nazis und Goldmund. So viel freilich verstehen wir jetzt schon. Das Leben selber in der Geschichte kann sich nur erzählen durch die Biografie des Goldmund. Er treibt die Handlung voran. Er setzt sich dem Leben aus. Und ich darf vielleicht in ein paar Stufen nicht einfach den Reifungsgang dieses Entwicklungsromans Ihnen vor Augen stellen, wohl aber seine Brüche. Es ist nicht, wie bei Carl Gustav Jung oft idealtypisch die seelische Entwicklung geschildert wird, wie der Aufstieg in der Wendetreppe eines Turms. Es ist eher ein Dahingleiten in einer turbulenten Thermik, die nach oben trägt, aber dann auch wieder in die Löcher zurückreißt, die sie selber aufgetürmt hat. Es gibt einen Abend des jungen Goldmund, wo er zwei Mädchen trifft und deren Begegnung als äußerste Verwirrung nach Maria Bronn ins Kloster zurückträgt. Schon der Name dieses Klosters zeigt, woher ihm das Leben strömen soll. Eine weibliche Gestalt, die wie ein Lebensquell selber ist. Aber das sind nicht diese beiden Mädchen. Goldmund wird auf Wanderschaft gehen und als erstes Lise begegnen, einer Zigeunerin. Ihr gibt er sich hin. Sie verführt ihn, fasziniert ihn und er geht auf ihre kleinen Gesten sofort ein. Ein geborener Frauenversteher gewissermaßen, der in der Sehnsucht des Anderen sich selber begegnet mit der eigenen Sehnsucht. Ständige Verschmelzung also. Was bei Nazis unmöglich ist, ist für das Leben Goldmunds im Beisein von Frauen wie eine naturgegebene Selbstverständlichkeit. Nur Lise hat einen Mann. Sie kommt nicht in Frage als eine Partnerin. Also, dass die Suche weitergeht. Goldmund findet am Hofe eines Ritters die schöne Lydia. Und sie gewinnt er wirklich lieb. Sie erkennt in ihm in den traurigen Augen das Unglück, das Unstete und Heimatlose in seinem Wesen. Und sie wäre willens und fähig, ihm eine solche Stätte des Angekommenseins, des Zuhause-Seins zu bereiten. Ahnend aber auch, dass Goldmund bald schon sie wieder verlassen wird. Und das ist ihre Klage nun. Das bleibt mir, wenn du gehst. Ein Heim und ein Zimmer mit einem Fenster nach draußen. Aber nie eine Heimat. Darf man eine Frau wie Lydia verlassen auf der Suche nach sich selber? Das Geheimnis des Narzisst wird bleiben, dass keine Frau ihm genügt. Weil er im Hintergrund etwas ganz anderes, die Frau als solche, die Gestalt der Urmutter, widersucht. Das weiß er nicht. Aber das fühlt er. Und das treibt ihn voran. Im Fall der Lydia kommt es zu einer Ménage à Thoie. Lydia hat ihre Schwester, Julie, dabei. Und das lauter Schuldgefühl verrät sie die Begegnung ihrem Vater. Der vertreibt als Wald in Sorge um die Moral seiner Töchter. Diesen Verführer, diesen Vagabunden, diesen Landstreicher. Und so tatsächlich wird es weitergehen. Bald schon wird er dem streunenden, am Rand der Kriminalität existierenden Victor begegnen. Ein Schnapphahn, der zugreift, wo irgendwer etwas bekommen kann. Ob Mensch oder Beute, ob Geld oder Nahrung. Victor erzieht wie eine drohende Gefahr, wie ein Gewitter. Diesen Zögling Goldmund. Es ist nicht der Aufstieg in Reifung zu sich selber. Es ist ein Rauf und Runter von Gefahren, die bestanden sein wollen. Schließlich kommt es dahin, dass Victor, Goldmund gefährlich wird auf Leben und Tod. Und um am Leben zu bleiben, tötet Goldmund seinen Gefährten in Notwehr, aber voller Schuldgefühle. Es ist zum ersten Mal, dass er sich bei den Abenteuern des Lebens blutig gemacht hat. Dies ist keine Freude mehr, die er empfangen hat und geschenkt hat. Kein Leid der Trauer mehr darüber, wie vergänglich doch die Freude gewesen ist. Dies ist die Beendigung eines Lebens, gleich einem Verbrechen. Mühsam zu entschuldigen durch die Notwendigkeit der Rettung des eigenen Lebens. Aber was für einen Anspruch hat man sich zu retten auf Kosten eines anderen. Das alles ist verwirrend. Zum ersten Mal wieder. Sucht Goldmund eine Kirche auf. Wie wäre da das Versprechen einer Heimat, eines Verstehens, einer Vergebung, wie er es bei Narzis ein Stück weit doch erfahren hat. Aber in dieser Kirche entdeckt er die Gestalt einer Madonna. Die Urfrau, die er ständig suchte, in Gestalt der ewigen Mutter Maria. Diese Figur faszinierte ihn. Er sucht nach demjenigen, der sie geschaffen hat. Dem Meister Nikolaus. Bei ihm geht er in die Lehre. Bei ihm erschafft er ein Bild des Narzis. In der Person schreilich des heiligen Johannes, des Lieblingsjüngers Jesu. An der Seite der Maria, mit der gemeinsam er unter dem Kreuz steht. Nur die Gestalt des Johannes erschafft Goldmund. Die Gestalt der Maria daneben fehlt. Sie wartet auf ihn. Sie müsste noch erschaffen werden. Nikolaus hat eine Tochter, Lisbeth. Und eigentlich spreche manches dafür. Er übernehme das Geschäft. Er würde zum Gesellen, zum Meister aufsteigen. In der Werkstatt des Nikolaus. Und es fügte sich an der Seite der Lisbeth, dass beide zueinander fänden und ein bürgerliches Leben beginnen würden. Schon der Gedanke vertreibt Goldmund wiederum. Er geht in die Fremde. Er unternimmt an der Seite des Handwerkers Robert eine Pilgerwallfahrt nach Rom. Man sollte denken, ausgerechnet, unterwegs treffen sie Lene. Ein Mädchen in das Goldmund sich wieder. Hals über Kopf und über beide Ohren verliebt. Lene aber ist anders als Lydia beispielsweise. Oder auch als Lisa. Sie liebt auf eine Art, die sphinxhaft ist. Er ist unheimlich, verlockend und verführerisch in eins. Und so kommt es dahin, dass jemand sie zu vergewaltieren droht. Und wie um sie zu retten. Nimmt Goldmund einen Stein und erschlägt den Wüstling, der über sie herfällt. Er rettet damit die Geliebte. Aber nun ergreift ihn selber eine Erfahrung, die er kaum zu deuten vermag. Auf dem Gesicht Lenes. Während er ihren Vergewalt hier erschlägt, malt sich eine wollüstige Nubtum. Eine Art Befriedigung im Sadismus. Eine Unheimlichkeit. Der Freude an Schmerzzufügung und Tod. Ist das auch das Bild einer Frau, die er lieben kann? Gehört auch das zur Schattenseite des Weiblichen? Was geht da vor sich? Wer ist er selbst? Wen liebt er überhaupt? Und was passiert in ihm? Er hat den Mord begangen. Wieder scheinbar, um etwas Richtiges zu tun. Aber in welchem Leben bewegt er sich? Wenn solche Untaten wie Forderungen, nicht eigentlich der Siedlichkeit, aber doch der Erfordernis des Lebens selber an ihn herantreten, hat das Narzissmus nicht einmal gesagt? Dir scheint, dass die Liebe zu den Frauen wie eine Sünde ist. Du glaubst, das Richtige stünde in den Geboten. Und freilich, die Gesetze sagen es dir. Aber Gott ist nicht nur in den Gesetzen. Es ist möglich, dass du in allen Gesetzen bleibst, aber fern bist von Gott. Wenn selbst Narziss so spricht, wird dies dann nicht jetzt wie eine Bestätigung? Und es könnte und müsste weitergehen? Wohin dann aber ein neuer Aufbruch? Ein Graf ist da, mit einer wunderschön verlockenden Frau Agnes. Natürlich auch in die sehnsüchtig herabschauende, in gewissem Sinne an der Nähe ihres berühmten Gatten vereinsamte, verliebt sich Goldmund. Die beiden vereinbaren sich, könnten glücklich sein. Die Heimlichkeit selber treibt die Spannung der Lust in eine unbekannte Höhe, gehört nicht zu einer wirklichen Liebe. Auch die Rätselhaftigkeit, das Verschweigen, das Tabu eines Verbotes, ist nicht alles umso attraktiver, als es der Erlaubnis entbehrt. Nur der Graf erfährt davon und er zögert nicht, das Todesurteil über den Wüstling Goldmund zu sprechen. Er sitzt in der Kerlzelle, er weiß um die Nähe des drohenden Todes. Er müht seine Hände aus den Fesseln heraus, und sinnt auf die letzte Chance. Vor seinem Tode, vor der Hinrichtung, wird der Beichtvater kommen. Das muss sein. Er soll seine Seele nicht in die Hölle hinein verlieren. Aber das wäre seine Chance. Käme dieser Mann, würde er ihn erschlagen, die Kute sich überziehen und dann die Flucht ergreifen. Unerkannt ins Unbekannte. Es kommt ein Mönch und es ist Narziss, der nicht länger mehr so heißt, sondern sich selber den Namen als Abt des Klosters Maria Brann Johannes gegeben hat. Es ist die ahnungsvolle Bildgestalt, die Goldmund selbst entworfen hat, die sich erfüllt hat in seinem Lehrmeister. Er ist aufgestiegen zu einem Abt, aber deswegen nicht stolz geworden. Er ist nie Professor der Theologie, verschraubt in die Gelehrsamkeit hinein, aufgestiegen. Er ist geblieben, was er immer war. Ein Mensch, der um seine Begrenzungen weiß, der seine Ergänzungen sucht in den anderen, entgegengesetzten. Allerdings die gute Beziehung zu dem Grafen erlaubt ihm, seinem Schüler von einst Goldmund die Freiheit zu schenken. Und nun im Kloster beginnt Goldmund erneut, die Arbeit zu schaffen, die sein Leben im Durcheinander, im Chaotischen, im Triebhaften, im Wüsten, aber auch im geistig Suchenden, die Schönheit liebenden, um Vollendung ringenden, rechtfertigen könnte. Es müsste möglich werden, die Gestalt der Madonna zu schaffen. Der Frau, die als Eva zur Sünde verführt, und als die Mutter Maria das Heil verspricht. Und in diesen Widersprüchen sich selber eint und damit der menschlichen Seele Einigung ermöglicht. wäre es denkbar. Es wäre der Zusammenhalt und die Zusammenfügung von allem Erlittenen auf sich genommen. Es machte das Opfer eines nicht dann vergeudeten Lebens lebenswert. Die Arbeit beginnt mit einem Lesepult. Danabe begibt sich Goldmund an die eigentliche Arbeit, um zu erfahren, dass das, was er sucht, wie jedes wirkliche Kunstwerk, nur vordergründig bleiben kann, nie vollendbar ist. Aber das ist es auch, was der Abnarziss ihm zu sagen versteht. Auch sein Denken ist niemals abschließbar. Du suchst die Wahrheit in den Sinnen, in den Bildern. Siehst darin eine Bedeutung, eine Wahrheit, die du darin erkennst. Gott sei Dank bist du kein Mystiker. Die Mystiker halten fest an ihren Vorstellungen und gehen damit um, wie wenn es Begriffe wären. Alles machen sie damit unklar. Sie kommen von den Vorstellungen nicht los. Du willst das gar nicht. Du lebst in den Vorstellungen, aber du gestaltest sie so, dass sie einen Hintergrund öffnen, dass sie den Himmel auf die Erde holen. Wir mit unseren Gedanken versuchen ein ähnliches und wir sind stets im Zerbrechen an dem Unbegreifbaren, das doch das Leben selber ist. Werden wir nicht schuldig, indem wir von Gott reden und seine Schöpfung darüber vergessen? Und bist du nicht im Grunde mit all dem, was du getan hast, unschuldiger, eben weil du ein Künstler sein wolltest, womöglich wirklich geworden bist? Nicht einmal darüber gibt es ein sicheres Urteil. Was wäre dann als Vollendung zu sehen, wenn es im Wirken keine gibt, im Leben keinen tatsächlichen Abschluss? Es beginnt die Sehnsucht, dass die Mutter, zu der die Suche ständig ging, die den Hintergrund alles Liebensverlangens bildete, sich auftäte, als die Heimat, die im Tode erreichbar würde. Fast ein romantisches Motiv. Sterbend geht man ein in die Mutter und er lebt als Strafe den Tod dafür. Es ist der Traum des Narziss. Die große Mutter Natur empfinge ihn sterbend und danach sehnt er sich hin. Was ist dann seine Person? Die Begrenztheit seines Bewusstseins? Was überhaupt sein Leben? Wäre es nicht sogar ein Wunsch, etwas Wünschbares, sich aufzulösen in der Alleinheit des Mütterlichen? Es war Viktor schon, der die Unheimlichkeit des Lebens ihm präsentiert hat. Die Wüstenei, auch des Weiblichen, die Grausamkeit, das Männadenhafte. Erzähl uns nicht die Mythen selber. In der Schule des Dionysos können die Frauen den Sänger Arfeis, den Künstler schlechthin im Spielen der Laie zerreißen und in den Tod schicken in ihre Wüstenei. Ist nicht das Gesicht der Mutter Natur gleichzeitig verführerisch und schrecklich und würde dieses Wissen nicht bestätigt durch die Mythen bei so vielen Völkern. Denken Sie an die aztekische Göttin der Fruchtbarkeit. Sie hat über sich gezogen die Haut eines Menschen wurmstichig und faulig und aus dieser ungeheuerlichen Erscheinung geht hervor die Maisschlanze, die die Menschen leben lässt. Es kommt überall vor. Es ist ein Wissen, der ständig um sich greift. Aber wie nun an uns? Es wird viele geben, die Goldmund in seiner Sehnsucht einzugehen, sterbend in die Natur Recht geben würden. Aber wir sollten Narziss und Goldmund nicht als ein Werk nehmen, das wir gewissermaßen als Reitsellösung, als Rademekum mit zur Deutung unseres Lebenswerks verwenden könnten. Es ist eine Anregung, eine Anfrage, ein Anstoß. Wir werden Hessen nur verstehen, wenn wir ähnlich, wie er Goldmund zuhörte, in dem, was er nicht sagt, sprechend vernehmen und über ihn hinaus denken. Ich habe zum ersten Mal 1971 den Traktat geschrieben über Narziss und Goldmund, den Sie in diesem Büchlein finden. das ist drei Jahre bevor ich dann über die Strukturen des Bösen und über die javistische Urgeschichte exegetisch, psychoanalytisch, philosophisch nachgedacht habe. Und mir die Idee kam, es dürfe kein Christentum geben, das nicht therapeutische Kraft habe zur Vermittlung der Gegensätze. Es ist genau das, was Narziss versucht. Er überdeckt das Trauma des Vaters. Er holt das Unbewusste wieder hervor durch eine Reizdeutung, die beinahe lebensgefährlich ist, weil sie nicht gehandhabt wird, weil sie das Richtige trifft, aber kaum vermittelt. Und Narziss geht nicht an der Seite Goldmunds, den Vaterkomplex, den Mutterkomplex zu bearbeiten. Alles verbleibt im Umkreis von Autoren, die Hermann es in seiner Zeit lesen konnte und die wir im Rückgriff sofort identifizieren können. Da haben wir den Geist als Widersacher der Seele. Ludwig Klages, der Finder der Graphologie, konnte darin sein Hauptwerk schreiben. Georg Lukacs hat in ihm ein Vorboten des Irrationalismus und sogar des Faschismus zu erkennen gemeint. Es ist ganz ungerecht. Nur Klages beschreibt genau so das Denken, die Naturwissenschaften fixieren, schon in ihren Experimenten, schon in den Festlegungen auf die Experimentalbedingungen, schon auf die Einengung des Erkennbaren, das in eine Formel gepresst werden soll. Sie vergewaltieren die Wirklichkeit, die sie festschreiben. Das Lebendige aber wandelt sich ständig, ist selber dynamisch, wehrt sich gegen den Begriff. So sagt auch Narziss, wir denken nicht in der Natur, wir denken gegen die Natur. Das könnte bei Ludwig Klages überhaupt nicht besser stehen. Was ist es mit der Gestalt des Vaters? Bei Sigmund Freud finden sie die Erklärung dafür, der Oedipus-Komplex. Ein Junge liebt seine Mutter, aber der Vater steht dagegen. Er verbietet genau diese Liebe. Er ist der Inbegriff des Inzest-Verbots. Er verkapert die Todesstrafe für eben dieses Begehren mit der Mutter sich zusammenzufügen, gegen den Vater. Freud hielt es für ein Naturgesetz. Wir basteln in unserer Gesellschaft sehr daran, dass es dabei nicht bleibe. Der Patriarchalismus sei keine Naturart, nun wissen wir heute, glauben wir heute. Familien müssten auch anders sein, als wir sie um 1900 sich darstellten, am Ende des viktorianischen Zeitalters. Wir dürften dabei lernen. Aber was hätten wir dann zu lernen von Religion, von Vater sein, von mütterlich sein? Wie zur Deutung von all dem, was Hermann Hesse gestaltet, ist um 1913 ein Schüler, Sigmund Freuds, Otto Rank. Er schreibt schon dem Titel nach etwas, das Hermann Hesse unmittelbar betreffen könnte. Das Inzest-Tabu in Dichtung und Drama, Grundlegung einer Psychologie des dichterischen Schaffens. Was Otto Rank meint, ist, dass man zum Künstler, zum Dichter wird. Genauso wie es bei Goldmund von Hermann Hesse selbst beschrieben wird, indem man gebunden bleibt an die Mutter, inzestuös von ihr überhaupt nicht loskommt, aber im Streben danach zugleich auch wieder von ihr weggetrieben wird. Es ist die Biografie Goldmunds par excellence und so entsteht ein Künstler. kann nicht heimisch werden in der bürgerlichen Welt. Sigmund Freud meinte mal, Künstler sind Neurotiker, die den normalen Weg zur Erringung der Liebe einer Frau und der Gunst des Publikums nicht durch ihre Persönlichkeit schaffen, sondern eintretend durch die Hintertür Kraft ihres Werks auf sich ziehen. Dann bewundert man sie, wenn sie ihnen gelungen ist, durch ein Kunstwerk, das alles rechtfertigt. Dabei ist ein solcher Lebensweg wünschenswert, nicht in sich selber tragisch zu nennen. Die Rechtfertigung einer sich bewährenden Neurose soll das die endgültige Beschreibung des menschlichen Lebens bleiben. Otto Rank war lange Jahre der Meinung, die Psychoanalyse selber sei der Ersatz für die christliche Religion. So dachte man damals. Aufklärung, Psychoanalyse, Befreiung von falschen Göttern, von der Dämonisierung eines Hintergrundes von Gott, der ständig abergläubisch mit Wundereingriffen vergegenständigt werde. Später dann, als Otto Rank nach Amerika ging, entdeckte er eine neue Form von Religion. Ich muss sie nicht schildern. Ich möchte eigentlich nur, dass wir wieder nachträumen. Jetzt, in den Wochen, nach Pfingsten, dürfen wir es vielleicht. Wenn wir von Vater hören, wenn wir im Vaterunse Jesus selber Gott Vater nennen würden, bekommen viele Einschrecken. Sie sind dagegen, weil nur das Männliche, das Patriarchalische, das Unterdrückende, das Verbietende, das Moralisierende, das Zensierende darin sich verberge. Aber so ist es nicht gemeint. So darf es eigentlich auch nicht bleiben. wie wenn das Künstlerische selber therapeutisch wäre. Etwas geahnt davon hat wirklich Sigmund Freud. Davon wagt nicht sich Rechenschaft zu geben, Narziss, wie wenn seine Sehnsucht hineinströmen würde, nicht um die Gedankenklarheit zu verleugnen, aber doch in das Treimen hinein und sich darin ergänzen wollte. Psychoanalyse ist gerade dies, die Rationalität geht auf die Suche nach dem Unbewussten. Sie gräbt die Schächte in der Tiefe der Erde, um darin Gold oder Diamanten zu finden. Verbarrenes, was sich geformt hat unter dem Lastgewicht von Jahrhunderttausenden, aber hervorgebracht werden kann als eine unverdenkliche Kostbarkeit. Wie wenn das Denken selber dichterisch würde und dadurch befreiend erlösend, dann begriffen wir, was eigentlich auch von Hermann Hesse in seiner dreijährigen Psychoanalyse im Umkreis von Carl Gustav Jung gesucht wurde, aber in dieser Intensität nicht zum Ausdruck kam. Wir haben Wir haben im Christentum eigentlich eine Vorbildgestalt von einem Dichter, der Geschichten erzählt, nicht als Kunstwerke, die mit dem Nobelpreis geziert werden könnten, sondern die als Erlösungsgeschichten in die Not der Seele von Menschen hineinsprechen. Da wird geschildert die Depression und Mutlosigkeit und Resignation eines Mannes, der erlebt hat, dass er machen kann, was er will. Es misslingt ihm. Es wird zerstört. Es ist umsonst. Und Jesus erzählt im vierten Kapitel des Markus Evangelium von einem Bauern, der das so erlebt. Er hat gesät. Aber der Acker, wie üblich in Palästina, ist steinig. Wie vieles, wenn die Sonne aufgeht, wird auf diesem fersend durchsetzten Boden hinweg von den Strahlen der Sonne in den Tod genommen. Wie viele unachtsam laufen quer durch das Beet, ahnen überhaupt nicht, welche Mühe es gekostet hat, dort Leben anzusehen, das Nahrung schaffen könnte. Zu allem Überfluss fallen die Vögel darüber her. Und dann gibt es Unkraut. Das wächst ganz üppig und viel schneller als die ausgeseite Saat und erstickt womöglich alles, was doch gemeint war, den Lebensunterhalt zu schaffen. Soll man darüber nicht verzweifeln und traurig sein beim Leben Lesen der Zeitung jeden Morgen. Und Jesus erklärt, indem er all diese Gefühle aufgreift, kein Bauer sät, indem er der Resignation vorhergreift. Er tut das ihm Vertrauen darauf, dass irgendetwas dabei herumkommt. Dreißigfach, achtzigfach, wenn er Glück hat, hundertfach. Und so müsstet ihr jetzt denken bei Gott. Gott, ihr seid nie umsonst. In eurer eigenen Seele, so beschwört Narziss einmal sein Schüler Goldmund, in unserer eigenen Seele liegt diese Streben nach Vollendung. Die Entelichie des Aristoteles und sie ist nie vergeblich. Sagen wir es einmal mit Rainer Maria Rilke. Du darfst nicht warten, dass Gott zu dir geht, und sagt Ich bin ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn. Da musst du wissen, dass er dich durchweht von Anbeginn und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin. was möglich verlernten in den Bildern der Sinne die Liebe, die es uns erlaubt, ganz zu werden und eins zu werden in den Widersprüchen. Geglaubt hat Gold nun das von der Kunst. In ihr kämen Trieb und Verlangen im Ausdruck der Schönheit zu sich selber und zu ihrer Vereinigung. Aber abgespalten von Nazis bliebe dies nur eine Lebenshälfte in Unversöhntheit. Es müsste und dürfte zusammenkommen und dann wäre die Liebe die letzte Auskunft. Oh ja, gewusst hat das auch Hermann Hesse. Sie alle, die mir hier zuhören, kennen natürlich den Namen seiner Frau Ninon. Ein kleines, fast lustiges Gedicht richtet er an sie. Dass du es wagst bei mir zu weilen, wo doch mein Leben dunkel ist und draußen Sterne dahin eilen und alles voll gefunkel ist. Dass du in des Lebens Getriebe stets eine Mitte weist, macht dich und deine Liebe für mich zu einem guten Geist. Liebe Hesse, müsste man denken, von solchen Engeln und solchen guten Geistern sind wir alle umgeben, wenn wir uns auf sie einlassen. Wie wäre es, es hätte Goldmund die Lydia zurückgewonnen. Und wenn nicht die, Goldmund war sich sicher, dass keine Frau nicht liebenswürdig sei. Sie alle vermöchten, durch vielleicht ihr unschönes Äußeres eine umso schönere Seele zu finden. Und alles wüchse zueinander. Warum war es ihm nicht möglich, im Hause seines Meisters Nikolaus Lisbeth wiederzufinden? Er kam zu ihr zurück und er fand sie wieder lebensverloschen, vergrämt, vereinsamt. Wäre es nicht denkbar gewesen, die Liebe zu erneuern und in ihr aufzuwecken? Narziss hätte ihm das nicht verboten, aber Narziss war auch nicht fähig, den Übergang zu schaffen. Etwa ein Jahrhundert später, als die Geschichte von Narziss und Goldmund bei Hermann es spielt, wird Martin Luther so etwas riskieren. An der Seite des Malers Lukas Kranach verheiratet er sich mit der Nonne Katharina von Boha und schreiben wird er jetzt, was wir beim Sprechen vom Vater, von Gott, von Christus in der Religion zu lernen hätten. 1527 Brief an seinen Vater Hans, das hast nicht du gemacht. Sein Vater wollte stets, dass Luther ein ordentlicher Bürger würde, möglichst ein Jurist, der ihm hilft, die Kuxe zu verhökern. Das hast nicht du gemacht. Der Papst schnitts Puppen. Dies hat Gott gemacht. Und es wäre denkbar, ihm vertrauen, die Malerei der Seele zu verschmelzen mit der Liebe und die Erde zu entdecken als seine Heimat im Vorübergang. Und wir jetzt müssten lernen, noch mal ganz anders von Gott zu reden. Was hat das Christentum nur getan? Dass es diese Zerregestalt von dem richtenden Gott, dem moralisierenden Gott, den Menschen in die Seele gegraben hat, dass dahinter oder dagegen das Bild einer Mutter stünde im Widerspruch. Als wäre Jesus ganz umsonst gekommen. Er wollte uns die Gestalt eines gütigen Vaters, einer mütterlichen, väterlichen Macht, die uns meint und umfängt, auf die Erde holen. Ich wage es deshalb einmal, ein Gebet probeweise mit Ihnen zu sprechen, das 200 Jahre vor der Zeit, in der Narzissum Goldmund bei Hermann Hesse spielen gedichtet wurde, von Stefan einer wichtigen Person des englischen Klerus. Das Lied wird heute noch gesungen in den Pfingsttagen Veni Sancte Spiritus und es ist das Wissen davon, dass von Gott im Vertrauen in der Macht der Liebe Heilung ausgeht, therapeutische Wirkung sich vollzieht, in einem Verstehen, das nicht verurteilt, in einem Begleiten, das immer weiter glaubt, in eine Geduld, die nie aufgibt, in einer Gemeinsamkeit, die zueinander steht und die Widersprüche zueinander reichen lässt, statt sie schroff, gegeneinander und unvermittelbar stehen zu lassen. Bei Stephan Lenkton in einer freieren Übersetzung klingt es so Komm, O Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Heiligkeit, sende deines Lichtes Strahl, Vater aller Armen du, aller Seelen Licht und Ruh, komm, mit deiner Gabenzahl, tröste in Verlassenheit, Labsal, voll der Lieblichkeit, komm, du guter Seelenfreund, in der Müdung schenke Ruhe, in der Glut hauch Kühlung zu, tröste den, der trostlos weint, O du Geist der Heiligkeit, mach dir unser Herz bereit, dring in unsere Seelen ein, ohne dein lebendig Wehen, nichts im Menschen kann geschehen, nichts ohne Fehl und Makel sein, wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, was da dürre steht, beuge, was verhärtet ist, Wärme, was erkaltet ist, lenke, was der Irre geht, heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen genädiglich, deiner Gaben sieben zahl, schenke uns dir liebe Lohn, lass uns stehen an deinem Thron, all vereint im Himmelssaal. Wenn dies Religion wäre, hätten wir die Ernstnahme des Persönlichen in seiner Enge, seiner Gebrochenheit, seiner Verlorenheit, seiner Irrtumsfähigkeit und fänden immer wieder in einem alles umgreifenden und ergreifenden Vertrauen die Ergänzung in diesem Anderen. Dass Gott nicht die Natur ist, wäre das Beseeligende und Narziss suchte in all den Gedanken etwas, das ihm Glauben als Person und Liebe nahe käme. Und es wäre der Gegensatz nicht länger Narziss und Goldmund. Sie beiden wüchsen zueinander in der Vorbildgestalt Jesu. Und es legte sich wie ein Segen der Liebe über jeden Einzelnen von uns in seiner Individualität, in seiner Vergänglichkeit. Die Mutter Natur meint uns nicht wirklich, liebt uns nicht wirklich, es wäre Augenwischerei, die Ambivalenz bleibt, die ist weiß, natürlich, Goldmund, die sagt, ganz sicher, Narziss, wie soll man ohne in die Mystik, in das Nicht-Zudenkende, das absichtlich sich zweideutig unklar haltende abgleiten, indem man aus dieser Natur in ihren Widersprüchen eine gute Göttin macht, eine überragende Mutter, Eva, Maria. Wir brauchten ein anderes, in dem die Mütterlichkeit, der Liebe, in der Väterlichkeit Gottes sich vereint und der Schöpfer eins ist mit unserer Seele. Freilich, das Leid des Narziss bleibt. Man erhebt sich im Geiste zur vollkommen Leid Gottes als des Schöpfers und man leidet auf immer an der Unvollkommenheit der Schöpfung und versteht es nicht. Aber dazwischen tröstet, vermittelt, hilft hinweg als Brücke die Liebe, die wir zueinander finden. Es ist der Gesang des Orpheus gegen die Menaden, die ihn zerreißen. Noch einmal darf ich ein kleines Gedicht von Hülker einfügen, um zu deuten, was gemeint ist. Es ist in unseren Tagen so normal, zu glauben, dass der Tod das letzte Wort über uns hat. Die Naturwissenschaft förmlich beweist es uns. Seele ist ein Produkt der Neuronmaschine im Gehirn. Mit dem Tod bricht das alles ab und danach kommt gar nichts mehr. Das lernen schon unsere Schüler. Aber wie, wenn das alles nicht stimmt? Wie, wenn die Liebe es überhaupt nicht zu glauben vermag? Wie, wenn wir die Entdeckung eines Menschen an unserer Seite, der nicht nur ein guter Engel ist, sondern wie ein Abbild Gottes uns geschenkt und in die Seele gelegt, ein anderes hoffen und erwarten leist? Dann wäre ein Gedicht Rülkes stimmig. Er wusste nur vom Tod, was alle wissen, dass er uns nimmt und in das Dunkel stößt. Als aber sie von ihm nicht weggerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst hinüber glitze unbekannten Schatten und als er wusste, dass sie drüben nun ihr Mädchen lächern hatten und ihre Weise wohlzutun. Da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt und ließ die anderen reden und glaubte nicht und landte jenes Land das wohlgelegene, das immer süße und tastete es ab mit ihren Füßen. Es wäre die Erlaubnis, dass diesseits und jenseits Zeit und Ewigkeit zusammenfänden in der Synthese einer umgreifenden Liebe. Es wäre, dass wir nicht länger mehr Nikolai Hartmann glauben müssten, es sei ein antinomischer Wert Gegensatz, ob wir das Bewahren unserer selbst suchen wollten oder das Bewähren in der Offenheit des Lebens, ob die Unschuld, die sich zurückhält oder die Erfahrung, die sich nach draußen wagt. Es wäre möglich, an der Seite Jesu durch diese Welt zu gehen, wie über die Fluten des Sees von Genesaret mitten im Sturm und das Wasser würde uns tragen zum jenseitigen Land. Es gäbe kein Tod mehr, es gäbe Größeres als nur das Sichtbare, nur das in Bild an sich vermittelnde, nur in Gedanken zu erreichende, es gäbe die Einheit unserer Seele, die sich fügt in der Liebe, die von Gott ist und auf die wir zugehen in einer reifenden Veränderung von immer. Narziss und Goldmund. Es sagt, sie getränkt absichtlich, ich glaube, uns zu provozieren, nach einer Lösung zu suchen, die in seiner Geschichte nicht vorkommt, wenn wir sie in dieser Hermannes Tagung ein wenig finden würden, wer uns viel geschenkt. Schauen sie sich um in der Schönheit von Sins Maria und vergessen sie nicht die kleine Kammer zu besuchen, in der eine Weile lang kein geringerer als Friedrich Nietzsche gelebt hat. Sie sehen da die Waschüssel, die Kerklichkeit, die Armseligkeit eines Menschen, der verlangte, großen Askese aufgehoben würde durch Dionysos, dem Gott der Sinnlichkeit. Aber beide müssten eine Einheit bilden, Apoll und Dionysos. Hermann Hesse in Narzis von Goldmund oder nehmen sie von Katsanzakis in Alexis Sabas dieselben Widersprüche. Sie müssten die Chance haben, eine Einheit zu gewinnen. Das wäre die Aufgabe der Psychoanalyse, die in der Zeit Hermann Hesse so beeindruckt hat. Sie dürfte sich vollenden. Dann müsste sie selber aber die Ebenen des Religiösen, des Glaubens und des Hoffens wieder alle Sichtbare in sich aufnehmen und das Träumen so lernen, dass es in die Existenz hinein sich vermittelt. Größer ist unsere Seele als alles, was wir von uns selber denken. Die Schönheit bleibt und mit der darf ich sie verabschieden. Es ist möglich, einem anderen Menschen zuzuhören, wie Narziss es bei Goldmund tut. Er denkt weiter für sich, er denkt sich nur mühsam hinein in Goldmund und doch weist er nicht zurück, doch bleibt er bei den Fremden. Doch erfährt er das eigene als ergänzungsbedürftig im anderen. Wir haben ein paar Tage miteinander. Ich wünsche, dass Sie in dieser Ergänzungsbereitschaft Toleranz, Respekt wechselseitig zu verbringen vermögen. Danke schön Ihnen für Ihre Geduld beim Zuhören und danke Hermann Hesse für die Vorlage seines Romans Narziss und Goldmund. Bis zum nächsten Mal.